Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Wir sind hier vor einem potenziellen Dungeon, also ich vermute es ein Dungeon ist. Da gehen wir jetzt auch mal rein. Oder doch nicht? Wo sind wir denn hier? Ich behalte vorsichtshalber die Waffe noch. Die haben nichts bei sich. Hier kommen wir also nicht rein. Von da kamen wir, glaube ich. Also ich frage, was ist denn das für eine Tür da hinten? Die in grün. Ne, ist eine Treppe. Da gehen wir später mal rein. Was haben wir hier? Ein Kessel. Warte mal. Okay. Interessant. Wenn wir das hier zerstören. Nö. Gehen wir mal den anderen Weg entlang. Das ist doch der Ausgang. Ja, das ist der Ausgang. Dann gehen wir hier mal rechts. Haben wir hier schon mal Gold. Was, können wir den kaputt machen? Auch nicht. Egal. Wie stark ist der? Der hat uns einfach gekillt. Hat uns einfach gekillt. Egal wie schwach sind wir. Und dann lass mal bleiben. Wenn wir so schwach sind. Kann es sein, dass wir so schwach sind? Welchen Level sind wir überhaupt? Level 3. Kann es sein, dass wir so schwach sind? Und wir ein bisschen in der Seele weh. Wird aber auch zu gern wissen, wo wir hin müssen. Wir können zwar hier jetzt die ganze Welt erkunden, aber... Das war jetzt... Was habe ich gerade noch sagen wollen? Wir können zwar die ganze Welt hier erkunden, aber... Das bringt uns nicht, wenn wir nicht wissen, was wir machen müssen. So, hier haben wir eine Taverne. Hier hat doch hoffentlich irgendjemand irgendwas an Info. Ehh... Cloudy... Autumn... In the Restless Ogre. Im Ruhrlosen Ogre sind wir. Moin. Du hast doch bestimmt Informationen, ne? Ich bin sicher, dass ich nichts gehört habe, was du überraschst. Vielleicht jemanden, der Arbeit hat. Das ist mir egal hier. Ich bin mir ein bisschen beleidigt. So... Wir wollen ja weiter Richtung Norden. Dann... Ja... Gehen da halt diesen Weg entlang. Ach nö. Jetzt fallen wir auch noch ins Wasser. Und du musst rein nochmal hin. Das ist mir... Und du musst ach questions... Hä, wo sind wir jetzt? Ah ok, so müssen wir glauben, alles klar. Okay, ist er gar kein Plan. Das? Okay, wo sind wir jetzt hier? Okay, wir haben hier eine kleine Siedlung getroffen zu haben. Können wir die Wache wieder einstecken? Gibt es hier bestimmt irgendwen? Moin. Du hast doch bestimmt was gehört. So, du hast mich wahrscheinlich die falsche Person gefragt. Ich habe nichts interessantes gehört. Okay, irgendjemand der Arbeit hat. I have an idea, try asking in town. Okay, was gibt es denn hier? Schauen wir mal die Arbeit. Das ist in der Stadt. Was kann mich eigentlich noch fragen? Nearest Inn, Nearest Temple, Nearest Dungeon. Fang Lair? Lair? Was ist das? Ich höre, dass Fang Lair in Hammerfell war. Ich möchte dich nicht missleiten. Ich bin wirklich nicht sehr sicher. Fang Lair. In Hammerfell. Okay. Kann es sein, dass das vielleicht mit unserer Quest zu tun hat. Soweit ich weiß, Hammerfell ist im Westen und Reach Corrigate, wo wir gerade sind. Weiß ich nicht, wo das sein soll. Ich würde sagen, vielleicht macht Norden gar keinen Sinn. Sondern einfach... Gleiches Fang Lair unsere Hauptquest. Wir müssen einfach Richtung Westen laufen. Warte mal, wie spät haben wir? Es sieht so aus, oder wird es dunkel werden? 7.58 Uhr im Morgen. Okay. Fang Lair ist unsere Hauptquest. Hier müssen wir entlang. Okay. Was ist das Tor? Hä? Oder die Mauer. Die Mauer. Die Mauer. Dann müssen wir Richtung Westen, in der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwo haben wir Hammerfell oder nicht. You have heard about the After Dark Society. Who is non-human, hidden they meet every night in front of the Broward of Faith. Egal. Wann müssen wir? Nach Westen. Wir haben einen Anhaltspunkt. Lang Lair ist irgendwo in Richtung... Äh... Haben wir hier irgendwie was zu stehen? Äh... Das war... Erste... Zweite... Äh... We have agreed to get a holy religion here. Okay. Hauptquest finden wir aber hier jetzt nicht. Zumindest nicht im Tagebuch. Aber wir können hoffen, dass diese Angler vielleicht unsere Hauptquest ist. Oh, hier ist wieder was. So, wo sind wir? Hier war eine große Brücke. Ich würde sagen, hier entlang. Ah, hier ist wieder die Taverne. Boah, diese Sichtweite, die ist richtig ekelhaft. Man sieht gar nichts. Was zwei Meter vor mir ist, kann ich nicht sehen. Ich glaube, da haben wir wieder einen Dungeon. Und da haben wir wieder einen Dungeon. Ist das nicht die Insel von Forsen oder so? Ich würde sagen, wir gehen an dem Dungeon vorbei, das da hinten ist. Da haben wir den Dungeon. Ich glaube, das ist der Dungeon. Und das ist in der Hütte. So. Hier speichern wir einmal ganz kurz. Ja. Und dann versuchen wir mal rein zu gehen. Jo. Geht nach einem Dungeon aus. Aber ein kleiner Dungeon. Also bisher noch klein. Okay. Digga. Boah. 22 Gold Pieces. Chain Caress. Ja. So. Warte mal. So. Magic Defense haben wir. Minus 1. Das heißt, er konnte uns. Jo. Chain Boots. Nice. Chain Gauntlets. Light Shield. Okay. Trotswad. Ne. Wir bleiben lieber bei dem anderen. Wo haben wir das andere Schwert? Trotswad. Da. Den behalten wir. Und einen Buckler haben wir jetzt. Das war doch mal der Buckler. Ne. Dann würde ich den hier lieber nehmen. Der scheint besser zu sein. Wo sind wir jetzt? In dem Raum. Okay. 61 Kilo schleppen wir jetzt mit uns rum. Vielleicht gehen wir nochmal raus. Gefällt mir irgendwie nicht. So. Und speichern. Einmal nochmal. Jo. Da schien wir ein bisschen doch zu gefährlich zu sein. Westen wollen wir weiter aber. Oh. Hier haben wir einen Brunnen. Ja. Hier haben wir einen Friedhof. Oder? Ja. Friedhof. Und dann so komisches Gestrüppstein. Wir gehen mal kurz nach Süden. Und wieder Richtung Westen. Ja. Interessant wie die Straßen hier aufgebaut sind. Ähm. Ne. Wissen. Also hier gerade aus. Na. Hier haben wir wieder was. Und. Wie viel Geld haben wir auf Tasche. Geld haben wir. 320. Nice. Äh. Gesundheit ist 32 von 72. Also 40 Punkte haben wir verloren. Fatigu. Was das auch immer heißen soll. Ich glaube das ist das was wir tragen. Hm. Aber wir können schauen dass wir vielleicht die Lederrüstung. was wir nicht mehr tragen verkaufen können. Genau sind wir. Ja. Immer noch so ein Reach Cory geht. Ja. 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 Ich habe keine ahnung wo wir entlang laufen. Ob das überhaupt der richtige Weg ist. Wenn ich ihn bestreite. Ja. Keine Ahnung ob wir auch wirklich so in Hammerfell ankommen, aber wir versuchen es mal. Ziel ist auf jeden Fall Besten, Ziel ist Hammerfell. So, aber meine Gesundheitsanzeige macht mir auch ein bisschen Sorgen, sagen wir mal so. Würde fehlen, wenn wir auch noch irgendwie Heiler oder so finden würden, antreffen würden. Wo sind wir jetzt? Ja, dann überqueren wir mal das Wasser. Ja man, Heiler. Perfekt. Dann Waffe runter, rein. Jo. Kann ich hier auch eigentlich ausruhen? You can't camp hier. Schade. Wäre nämlich schön, wenn ich hier einfach mal, statt Geld auszugeben für den Typen. Hm. Hier. Come on, 40 Gold. Digger. Da, äh. Da scheiße ich lieber drauf. Aber, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's.